Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Es gelten die üblichen Spielregeln, finden Sie in Form eines Videos auf unserem Channel Semper Sponsor. Die E-Mails mit den Fragen, die schicken Sie bitte an den Channel Semper Video. Kann sein, dass Sie dort gesperrt sind. Einfach eine Freundschaftsanfrage an und schicken, dann wird die Sperrung aufgehoben. Die erste richtige Frage kommt von User Thomas94 bezüglich Remote Tool. Wie kriege ich jetzt einen Screenshot hin, fragt er in Visual Basic und dazu haben wir auch ein Video gemacht. Eventuell einfach mal auf sempervideo.de schauen, denn ich bin mir nicht sicher, ob dieses Screenshot-Erstellen-Video überhaupt zu YouTube hochgeladen wurde. Wir haben da einige Videos absichtlich ausgelassen, weil wir die damals, als wir umgezogen sind, hätten zerschneiden müssen. Jetzt könnten wir sie theoretisch wieder hochladen, aber jetzt ist es nicht mehr mehr die Qualität, die wir eigentlich voraussetzen, weil es wäre jetzt nicht mehr HD. Internetstubewevo bezüglich Titelbild aussuchen für die, also quasi die Thumbnails und das ist eine Partnerfunktion. Wir haben ein Video dazu gemacht, können Sie aber trotzdem nicht, weil Sie kein Partner sind, wenn Sie kein Partner sind. Effects Company bezüglich Versteuern von Gewinnen über die Werbung. Ja, grundsätzlich müssen Sie das versteuern, aber wenn Sie natürlich immer mehr Ausgaben haben als Einnahmen, dann kommt da A, keine Steuer bei rum und B, dann können Sie es auch weglassen. Ich würde es halt nur nicht den entsprechenden Beleg über die Ausgaben wegschmeißen. Denn es kann ja mal sein, dass sich das Finanzamt bei Ihnen meldet und dann würden Sie dann sagen, okay, hier, das sind die Einnahmen, das ist richtig, aber das sind hier meine Ausgaben, die würde ich gegenrechnen. Dann wird das Finanzamt auch keine Schwierigkeiten machen, denn es ist richtig, wenn Sie jahrelang nur Verluste damit machen, dann schmeißt das Finanzamt Ihnen das eh raus. Dann gilt das Ganze als Liebhaberei. 19 Neon 490 bezüglich IPv6 ist im Anmarsch. Was muss ich machen? Sie müssen gar nichts machen. Der Einzige, der was machen muss, ist Ihr Provider. Der muss seine Infrastruktur daraufhin umstellen. Das Einzige, wo eventuell Schwierigkeiten entstehen könnten, wäre an dem Modem oder wäre an dem Modem von Ihnen, also die Schnittstelle zwischen Ihnen und dem Provider. Wenn das Modem nicht IPv6-tauglich ist und Sie da Pech haben, dann kann es sein, dass das Ihr Modem ist, dann müssen Sie ein neues kaufen. Das glaube ich aber eher nicht. Meistens sind die Modems ja quasi vom Hersteller, damit das auch nachher alles optimal funktioniert und so weiter. Also wir reden jetzt hier wirklich von der letzten Stelle, kurz vor dem eigentlichen Anschluss. Und da das IPv4-IPv6-Problem aber schon seit sieben Jahren bekannt ist, könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass jede Hardware, die in den letzten fünf Jahren in Umlauf gebracht wurde, das auch kann. Insoweit wahrscheinlich zu 95% brauchen Sie da gar nichts machen. Intern muss sich auch nachher nichts ändern. Sie können intern, solange Ihr Modem das halt kann und davon müssen wir halt ausgehen, dass das Modem das kann, dann wird das Modem quasi außerhalb mit IPv6 angesprochen. Aber gibt die Daten an IPv4 weiter. Ist ja nur ein Port, also oder eine IP. Ich sage jetzt mal, intern ist das dann die 192.168.irgendwas. Und dahinter sitzt ja dann wiederum Ihr Modem oder Ihr Router. Und der hat ja dann zum Beispiel die 192.168.1.1. Und so weiter. Also deswegen, da wird ja dann gar nicht mehr groß umgerechnet, sondern da muss jetzt nur noch gesagt werden, so intern habe ich eine 4er IP, extern habe ich eine 6er IP. Aber wie gesagt, da brauchen Sie nichts zu machen. Ratfragender fragt an, wann das DHCP-Video kommt. Ja, ist noch nicht da. Wissen noch nicht, wann es kommt. Trumpfi82 fragt an, sicherer Tunnel mit SSH, da fehlt wohl ein Teil. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da fehlt. Es kann sein, dass da nicht der perfekte Schnitt ist, weil eben dieses Video damals nicht zerschnitten wurde, sondern als Zweiteiler produziert wurde. Der eine ist 11 Minuten lang und der andere ist keine Ahnung, wie lang der ist. Aber dieses 11 Minuten Video, das war 11 Minuten 30 oder irgendwas, das mussten wir auf YouTube zerschneiden. Deswegen sind es drei Teile. Aber es ist nicht so, dass das wirklich in einem durchgesprochen wurde und dann nachher zerschnitten wurde. Sondern das war von vornherein auf den Zweiteiler ausgelegt. Und die Zweiteile sind nämlich auch genau in der Form, auf YouTube haben wir ja drei Teile daraus machen müssen, aber auf vimeo.com, da wo wir vor YouTube waren, da sind eben auch nur diese Zweiteile online. So, und jetzt kann also nicht sein, dass da was vergessen wurde, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Das geht nicht. Das Einzige, was sein kann, ist, als wir das Video vor zweieinhalb Jahren oder so hochgeladen haben, dass wir da einen kompletten Take weggelassen haben und deswegen da eine Minute fehlt. Das wäre theoretisch möglich. Da das Video jetzt aber fast schon zwei Jahre online ist oder noch länger und sich da noch nie einer darüber beschwert hat, gehe ich mal davon aus, nein, nein, das passt alles. Also da brauche ich mir jetzt keine großen Sorgen zu machen. Severin, letzte Frage, unlauterer Wettbewerb. In einem eurer Videos habt ihr diesen Sachverhalt erklärt. Nun frage ich euch, ob das Kategorie-Hopping auch als solchen zu erkennen ist. Im Grunde genommen schafft man sich ja auch einen Vorteil gegenüber anderen. Könnt ihr das sowieso aufklären? Ja, sagen wir mal so. Also absolut weiß es natürlich keiner. Es ging in dem Video ja auch eher darum, man kann deswegen abgemahnt werden. Und bei den anderen Punkten, die wir genannt hatten im Video, die sind relativ klar. Unlauterer Wettbewerb. Jetzt mit dem Kategorie-Hopping, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man sich damit einen richtigen Vorteil verschafft. Man könnte sagen, die Kategorie-Comedy ist beliebter. Aber nur weil ich das mache, ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen und sagen, im Kategorie-Hopping haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen. Das muss aber nicht heißen, dass das nicht andere so sehen und dann entsprechend dagegen vorgehen. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, also ich wüsste nicht, wo da der große Vorteil sein sollte. Wie gerade schon versucht, mir selbst was zurechtzulegen. Vielleicht ist Kategorie-Comedy beliebter. Aber eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, dass man sagt, ich gehe in die schwachen Kategorien, weil ich dann schneller auf der ersten Seite lande. So machen die das ja dann auch zum Teil untereinander. Dass wenn jemand, sage ich jetzt mal, relativ stark ist, dann geht er von der schwächsten Kategorie, wo er dann schon den ersten Platz hat, geht er in die zweitschwächste Kategorie und macht den Platz für einen anderen Partner frei. So schieben die sich das ja untereinander durch. Deswegen, ich würde wahrscheinlich sagen, so weit würde ich in dem Fall nicht gehen. Das ist nämlich nicht wirklich ein Schmücken mit fremden Federn. Und das hatten wir ja bei den anderen Videos, wo man sagt, ich benutze einen falschen Titel, ich benutze ein falsches Image und so weiter. Das ist ja wirklich ein Schmücken mit falschen Federn, was im Video auch noch nicht wirklich vorkommt. Und das ist ganz klar. Jetzt hier in der Geschichte, ja, da müssten Sie halt nachweisen, dass das da irgendwo, dass er sich einen Vorteil verschafft. Und der muss natürlich auch irgendwie in barer Münze klingen. Also, alles, was jetzt nicht darauf ausläuft, von wegen der blockiert, aber dann den Slot für ein richtiges Video, das da reingehört, ja, aber... Also eng, ganz eng. Okay. Musik 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 Untertitelung. BR 2018